hey internet und youtube part 2 wir müssen uns nicht ansehen wir gehen einfach durch die tür hoffentlich aber wo warte 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 lass mich das ansehen okay gut zu wissen wir halten uns an das gesetz komm los come on out all right all right beauty hello big b i wasn't expecting anyone Warum hast du dich versteckt? Ah, okay, ich verspreche es. Ach, die Schöne, die Schöne von die Schöne und das Biest. Bin ich gespannt, wer da noch alles auftaucht. Ihr Buch. Merkt ihr das? Für die nächsten Episoden. Mit dem Reden oder? Ich sehe es mir mal an. Okay, das war nichts. Sprechen. Touch. Okay, dann nehme ich mir einfach selber meinen Schlüssel, oder? Oder wo auch immer ich gerade unterwegs bin. Mailbox. Verdammt, nicht mal Werbung. Das ist traurig, Big Beam. Du bist hier. Oh, mein Name chillt. Das verdammt, das wiederum schlief. Okay, ich bin in 904. Okay, dann ist klar. Ich weiß, wo ich irgendwas... Drück beide. Aha! Und geh rein. Ah, ich hab sie versprochen, oder? Äh, ich hab sie nicht gesehen. Sieht nicht aus wie ein Biest. Hey, ich hab sie versprochen, ich muss das tun. Gott sei Dank. Da hab ich mich nicht verklickt, du. 2.04 Big Peace Apartment. Okay, wow, das sind die Luxus Apartments. Okay, dann ist die Luxus Apartments. oder? Ähm... Da habe ich ein Bier drinnen. Hier ist nichts. Tiefkühler. Nicht mal Eiswürfel. Okay, das ist nicht gut. Hier eine Seite. Nee, kann ich nichts. Okay, hier. Ich habe gar nichts. Ich besitze nichts. Ich kann hier... ...eine Hübschle. Ich habe nie den Mann nie vertraut. Wie lange steht das schon hier? Sehr lange. Okay, wie wäre es, wenn du eine brauchst? Nein. Du solltest helfen. Was der Hübschle? Hallo? Oh, nicht wieder. Ah... Use? Oh, hey, Bigby. Ich bin in deinem Schiff, oder? Ja, raus. Ich bin in deinem Schiff. Okay. Okay, got a smoke oh yeah Thanks couple thousand more of these will be even on that house you owe me This has got to stop can't keep sneaking off the farm like this The fresh air and sunshine pitch they sell you on this bullshit I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there big be you don't know what it's like, okay, come on. That's a little dramatic That for me nope The house didn't blow itself down big be that's all I'm saying do with that what you will now I'm not saying it's reason enough for me to Have definitely been offered a drink, but It would have helped these some of the pain you once caused me yes It also would have shown everyone how different you are now Da protest Nice I take it all Back this is why everyone hates you I want to You have to make So everyone hates me I'm just giving you shit I'm doing my best here Clearly that is not true what would the selfishness with the bourbon But uh no um hates the wrong word they fear you more than anything You ate a lot of people back in your day Okay I thought we were all supposed to have a fresh start here I can't change the past Well, you can't change people's memories either Look, I'm not saying it's fair But it's real People are scared of you I mean Look at your hands Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays My top I was doing my job, believe it or not Your job is to beat the shit out of fables? Sometimes I take them to the farm Fuck you Uh-oh You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other How do you think this all works? I don't know How? By being big And being bad By being big And being bad Don't say that shit in front of people It's embarrassing That's the attitude that gets you in trouble I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight Not everyone Name one Uh, beautiful, there was a girl I don't actually know her name Awesome, great example Life is easier with friends, Bigby And we live a long fucking time I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself But I've seen the way you look at snow, okay? You're not fooling me Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking I don't have to keep talking Just give me a drink, please Colin, enough already I haven't slept in two days I went out a second story window And I want to get in two seconds of shut eye before I... Look, if I give you this Will you let me sleep? Yeah, yeah, all right Probably Okay, yeah Remember that, Colin? Thanks, Bigby Oh man, okay, no, this is the... The woman from the beginning You're the 10 Hello? And I didn't have to sleep I think that doesn't help Bigby Bigby! Snow? Snow? Come with me Snow? Snow? Snow! What? Sorry, I'm... What's this? What happened? I... Just can't get into it this second We need to hurry to... Hi Hello Good morning Or... Evening Yeah These walls are paper thin We need to be careful We'll talk outside Hmm... Nicht gut Bloß keine Blutspuren What the hell No... You... Knew this girl? Is... She's not a Monday, right? Who was she? Shit I thought... I knew everyone in Phoenix I... Just a girl She looks familiar Just a... Girl We didn't have a whole lot of time to chat The woodsman He attacked her and I stepped in And he threatened to kill us both No... You don't think he... I don't think anything yet Just... Give me a second It's just... Terrible So... Who found her? I did She was just like this I didn't touch her I grabbed Grimbles jacket to cover her with Then... I came to get you right away No one else was with you? No Big P... Did one of... Us... Do this? There hasn't been a murder in Fable Town in a long time All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on Have a look around We don't have much time before people will be coming through here Ah... Ickeloft, okay She was placed here with some care What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here She was deliberately placed For us to find What kind of monster would do this? What is... Notices? 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 What the... It's... Her ribbon There's... Some kind of symbol here Huh... I... I... I don't recognize it Neither do I Strange cut... What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp Or something with magic attached to it I'm... I'm sorry This is just... So surreal Hmm... What... What do you want to do next? Hmm... Leave... Yeah... Pfff... We still have some time I should keep investigating the area We still have some time I should keep investigating the area Good idea Okay... You... Must follow him this Hey Snot You alright? Yes... Thanks... But you should hurry We don't have much time left We should head back inside soon Okay... Blood... Drops of Blood... I'd say it's been here... An hour maybe... Okay... Weiter... Aha... Oh... Wartet... Hier... Maverick... Looks like jeans... Doesn't tell me much... Verdammt... Wir haben noch den Container... Um... Just some loose trash... Um... Blood... Still wet... Sharp enough... Yep... More blood... Okay... Good... Someone might have hopped the fence... Got caught... And let the trail I found earlier... Mhm... Okay... Das sind meine Nebenweise... Und ich... Bin zu schlau wie je zuvor... Okay... Hier gibt's nichts mehr zum holen, oder? Kann ich diese... Und den ziehen wir auswählen? No... Vielleicht schon... Ich weiß es noch nicht... Aha... Warte... Mausrad... Okay... Okay... Ring... Weiß ich, wenn ich den klicke? Nichts... Okay... Kann ich... Ah... Ich will das aus und dann... Vergleichen... Snow, hast du was zum verbergen? Und hier dann auch? Ah... Okay... Das ist etwas auffällig... Aber hey... Was machst du? Es ist besser, dass du zufrieden bist... Natürlich... Aber... Hör auf... Wir haben nicht viel Zeit... Hör auf... Wir sollten... Hör auf... Bevor jemand rauskommt... Wir werden mehr in der Geschäftsaufnahme... Sie wird in den Büchern... Ich bin sicher... Bigby... Hast du keine Ahnung... Was passiert? Ich habe keine Ahnung... Aber... Jemand hat es hergebracht... Okay... Ja... Das ist eine Message... So richtig... Ich bin der Sheriff... Du hast keine Ahnung... Woran du redest... Ich bin sicher... Ich bin sicher... Ich bin sicher... Okay... Snow agrees... Halleluja... Ich werde... Warte noch ein wenig... Warte noch... Wir müssen warten... Bis zum nächsten Mal... Wir wissen... Bis zum Dr. Schweinhardt... Du kannst ihn sehen... Ich werde dich in der Geschäftsaufnahme... Hmm... Was... Bist du blind? Wieso... Du siehst nicht... Es gibt eine Linie? Ich bin hier eine halbe Stunde... Shut up! Wo ist meine Option für Shut up? Warte mal... Ich habe keine Zeit für sowas... Ja... Erinner dich an Goldkettchen... Das letzte Sache... Das letzte Sache... Ich brauche mit Mayor Kohl... ist eine Hysteria... Du wirst mich verstehen? Ja... Natürlich... Ich brauche mich... Du hast mich gefragt... Du hast mir eine Frage... Du hast mich verletzt... Du hast mich verletzt... Du hast mich verletzt... Ich habe dir diese Nachbarnung... Als ich... Du hast... Du hast... Verletzt... Dass die Dinge... Du hast... Du hast... Wenn du nicht... Wenn du jemanden verletzt... Du musst nicht... Du hast sie... Oder du hast... Du hast... Du hast... Ja... Wir reden uns darüber... Scheriff... Du bist derjenige... Der zerstörter... Entschuldigte die Bürgerinnen von Fabletown... Du hast... Verletzt... Es kostet jemandem... Leider... Und die Sicherheit... Die gesamte... Die gesamte... Du hast mich... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du... Du hast... Du hast... Du hast... Der... 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 Ist... Von dem, was wir haben, hat er mit dem Begriff gesehen. Der Begriff? Der Begriff war das der Grund? Es ist eine Leid, noch nicht sicher. Find ihn, geh ihn in hier, wenn das alles du musst. Ihr zwei brauchen eine Handlung auf diese Situation, schnell und ruhig. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist ein Fable-Town, zu wissen, dass es ein Killer ist. Snow! Ja? Sir? Kommt Vivian gleich diese Minute und lass sie wissen, ich komme in früh für meinen Massage. Ich werde. Wo ist die Bottle Wein, die du kaufen würdest? Kein Problem! Vergiss es! Ich kann nichts richtig machen. Mach deinen Job, Sheriff. Oder wir finden jemanden, der will. Oh, das ging... Ah, das ging zu sch... Du hast ihn einfach mehr verletzt. Okay. Mach ihn gut so. Mach ihn gut so. Mach ihn gut so. Mach ihn gut so. Ich glaube, ich sollte dich zu hören und warten. Ich hätte nicht gesagt, dass ich das gesagt habe. Du musst nicht sagen. Du musst nicht sagen. Es wäre besser gewesen, dass ich mehr zu offeren hätte. Wir haben unsere Ducks in a row. Oh, Crane, die Leute nicht möchtet und... Never mind. Geh weg. Er kriegt einen Body Massage. Wer kriegt einen Massage so früh? Crane. Es ist nicht wirklich wichtig, der Tag des Tages. Es ist ein Scent der Stress, und er ist aus der Tür. Er ist... Er ist weg? Ja, in Wahrheit. Er ist weg. 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 Er sagt, seine Liege. Sie können ihn verhören? Vielleicht? Wie bist du heute, Mr. Bigby? Gut, Buffkin. Danke für dich. Buffkin, holst die Bücher. Welche Bücher? Die mit den Fakten. Ich bin nicht sicher, dass das etwas mehr spezifisch war. Bring die ersten drei. In ein paar Minuten. Er weiß, was ich darüber spreche. Es gibt bestimmt Informationen auf sie hier. Irgendwo. Wir werden zumindest ihren echten Namen aus den Büchern bekommen, wenn Buff sie finden kann. In der Zwischenzeit rüber. Vielleicht kann die Mier helfen. Ich muss wirklich diese Verkaufung entfernt werden. Aber lass mich wissen, ob du etwas brauchst. Alles. Okay, dann sehen wir uns um... ...aber im nächsten... ...Part of... ...Dialog. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. ...Auf... ...weg. Vielen Dank.